Der, der jetzt kommt, hat sicherlich ganz, ganz andere Fans. Oh, da brennt nochmal der Jubel auf, nur weil Thomas anders sich gebückt hat, na sowas. Also gut, der jetzt kommt, wie gesagt, hat sicherlich andere Fans, aber ich bin sicher, sie sind in Massen hier vertreten. Es ist ein kleiner Vorgeschmack auf die Tournee, die im nächsten Jahr auch stattfinden wird mit neuem Material. Und hier ist der Peter Maffay. Und hier ist der Peter Maffay. Musik 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 Wie sie das lacht, schau mich in der Nacht, wie hast du das gemacht?